Der Roma-Kundgebung zum Internationalen Roma-Tag Zum Internationalen Tag der Roma wurde in Berlin ein Zeichen gegen die Diskriminierung der Zinti und Roma gesetzt. Vorurteile und Hass gegen diese Minderheiten seien immer noch weit verbreitet, sagte die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders. Wir stehen hier am Mahnmal zur Erinnerung an hunderttausende Frauen, Männer und Kinder, die während des Nationalsozialismus ermordet wurden. Wir stehen hier 70 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz. Der Völkermord an Zinti und Roma ist ein unsäglich schändlicher und beschämender Teil der deutschen Geschichte, der jahrzehntelang verharmlost, verleugnet und verschwiegen wurde. Führen Sie sich vor Augen, dass dieser Völkermord erst 1982 unter dem damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt anerkennt wurde. 37 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Zur Kundgebung am Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Zinti und Roma in Berlin kamen auch Bundestagsvizepräsidentin Paul und Berlins Integrationssenatorin Kohlert. Da müssen wir alle etwas dafür tun, vor allem dafür tun, dass es hier nicht nur um das Gedenken an die Ermordung der europäischen Zinti und Roma geht, sondern dass aus diesem Tag heraus eine Verantwortung für Gegenwart und Zukunft erwächst. Weil das ist, glaube ich, das große Problem, das überhaupt nicht gegenwärtig ist, dass diese größte europäische Minderheit noch immer im Alltag ausgegrenzt wird und in einigen Staaten, übrigens auch Mitgliedstaaten der Europäischen Union, sogar verfolgt wird. Tut denn die Bundesregierung genug gegen die Ausgrenzung von Zinti und Roma? Nicht nur die Bundesregierung, insgesamt die Bundespolitik, aber auch die Landespolitik tut überhaupt nicht genug im Sinne von Aufklärung, von Bildung, aber auch Anerkennung der Bürgerrechtsarbeit der Minderheit selbst. Und das macht mich wirklich wütend, dass in dieser Woche es noch notwendig ist, einen Aufruf in die Öffentlichkeit zu drängen. Ich halte es für ganz dringend, erstens diesen unsäglichen Beschluss über vermeintlich sichere Herkunftsstaaten auf dem Balkan tatsächlich auszusetzen, den Menschen hier eine Zukunft zu ermöglichen. Zweitens die europäische Roma-Strategie, die auf Teilhabe und Chancengleichheit vor Ort setzt, nun endlich umzusetzen in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und drittens im Alltag, überall dort, wo Ausgrenzung beginnt, das Stoppschild aufzustellen. Und drittens im Alltag, überall dort, wo Ausgrenzung beginnt.